Guten Tag und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pro Deck mit dem Scheffe. Warum ich so lache, werdet ihr bald erfahren. Es ist einfach. Wir freuen uns Minecraft spielen zu können. Oh Gott. Ja, mein Herz ist immer noch ganz weit unten. Meins auch. Es wird übrigens auch nur eine kurze Folge, also so 20 Minuten pro A15, je nachdem wieviel wir bauen wollen. Aber wir wollen halt nicht allzu lange drüber ziehen, weil es jetzt gleich 1 Uhr nachts ist. Der Server ist komplett leer, deswegen hoffen wir einfach mal auf eine gute Anbindung. Lackfreie Session. Genau. Ne, jetzt habe ich aber trotzdem so ein paar Firemind Früchte, wie am Anfang. Wer hat denn den Rahmen hier neben dem Marktplatz gezogen? Ne, wenn das Stoneslaps sind, ist das noch von mir. Da können wir so ein Holz graben, also ein normaler graben oder ausgegraben. Ah, das war ich, weil da noch die Steine rinkommen. Das war ich, das war ich, das war ich. Okay, okay. Und für diejenigen, die sich fragen, was dieses richtigste Gebäude da rechts sehen sollte, das wird die Farmanlage. Das ist also das Farmhaus. Wo Chef und ich aufs Green, also ich ein bisschen aufs Green dran bauen, so wie am Haus. Und da kommt halt jegliche Farm rein. Kartoffelfarm, Weizenfarm und Karottenfarm. Onkel Ben. Genau, die auch. Aber das wird keine automatische Farmanlage, habe ich mit mir letztens entschieden, weil einfach... Nee, nee, zu viel Arbeit runter, nee. Guck mal, wo jetzt der Baum hier hinwachst, ne? Die gleiche Feuer. Hast du einen Baum? Ich sehe keinen. Ich sehe jetzt auch keinen Baum mehr. Ich habe doch gesagt, ich hole den Kurzen. Kurzen Arzt. Alter, was sind das für Framemeinbrüche zwischendurch? Voll abnormal. Man muss ja hier rein theoretisch auch ein R... Ah, nee, warte. Da ist er schon. Was mache ich hier? Ich bin Duselig. Du bist ja Duselig. Naja, ich bin Duselig. Ähm, was ich machen kann... Ist das hier einmal. Dann das. So. So, genau. Und zwar, wir werden hier ein paar... Eine Säge. Stände hinbauen. Geht nicht. Scheiße. Das geht nicht. Ich habe gedacht, der normale Stone sieht genauso aus wie die Stone Slap, aber... Ist leider nicht so. Weil ich habe mir so gedacht, wir bauen die Wände von den Ständen einfach so mit Mikroblocks, weil die nicht so dick sind. Guter Plan. Und hier wollen wir die machen so wie auf so einem Weihnachtsmarkt so ein Stand, oder? Ja, so ungefähr, halt nur mit recht bunter Wolle würde ich sagen. Wollen wir die dann nicht lieber so um den Marktplatz machen, dass man auf dem Marktplatz rumlaufen kann? Ich weiß nicht. Keine. Oder ich weiß nicht, was besser aussieht. Das ist jetzt... Das ist jetzt nochmal so eine... Es ist halt die Sache, wenn... Wenn ich den jetzt hier so... Ähm... Mache... So... Und dann... So... So... Sagen wir, warte, jetzt muss ich kurz rechnen. Hier steht einer hinter. Der hat ruhig Zeit nach vorne frei. Dann kommt... Hier die Ware hin. So... Also... Ja... Weniger Ware halt. Rein theoretisch. Dann kommt... Warte, ich muss nur kurz... Ich weiß nicht, warum mein Handy vibriert hat, aber ich kann es mit irgendwie in Facebook noch, aber... Ist mir jetzt auch eigentlich gerade scheißegal, ob es vibriert hat oder nicht. Ich bin auch zu fertig. So... 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 Dann hat man immer noch genug Platz halt, um da rumzulaufen, finde ich. Auf dem Marktplatz. Oh, meins nicht. Achso... Ich... Warum gleich? Achso... Ich muss noch grad... Ich war nicht anwesend. Wir sind grad beide nicht so wirklich anwesend. Naja... Ich hab grad ähm... Ähm... Steine... In den Ofen gemacht. Weil ich Clean Stone hab. Um daraus Slaps zu machen. Okay... Das ist Tool. Hier, ja. So... Wie mach ich das denn dann weiter? Hm... Wo ist das denn da? Das kommt dann so... Das kommt dann... So... Und das kommt dann... So... So... Und das kommt dann... So... Und das kommt dann... So... Naja, hier hab ich übrigens so einen tollen Laser gebaut. Der funktioniert doch ganz toll. Der funktioniert doch ganz toll. Ist einfach nur unnötig. Naja, ist einfach nur unnötig für das, was ich eigentlich wollte. Denn... Daraus hab ich diese... Ähm... Ja... Fassadensteine gemacht. Da kann man halt direkt... Ähm... So ne... Wie heißen die Dinger? Tube? Heißen die Tube? Nein. Weiß es nicht. Wie heißen? Transportpipe. Genau. Kann man einfach durchgehen und hat dann nicht so ein hässliches Loch. Wie zum Beispiel... Hier. Wirkt sich dann quasi wie ne Rosette aus. Also... Ne Rosette im Handwerk. Keine Rosette am... Ähm... Hintern. Immer die Leute, die falsch denken. Ja. Damit hab ich jetzt nicht... Waa... Jetzt... Jetzt... Ne... Waaas? Das erinnert mich irgendwie an den Schwarzen bei Kindsköpfe 2. Waaas? 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 Wenn da mal die Menge an Eich-Gegenstand reinmacht? Das dann irgendeine Schaltung aktiviert, das um das zu essen bekommt? W metre so, wird noch eine tolle Aufgabe werden. Das stimmt... Außer es kennt jemand von euch so ne Schaltung, dann schreibt's in die Kommentare. So, ich mach den aber auch nur 3 hoch, wobei ich glaube 3 ist schon ein bisschen, ja 3 ist zu hoch, das sieht nicht mehr gut aus. Ja höher wie die Lampen sollte er ja nützeln, das ist sehr kacke. Ähm, hab ich denn, ja, wahrscheinlich irgendwo da hinten. Frag mich, wozu ich hier ne Treppe hinbaue, wenn ich eh immer nebendran hoch kann. Einfach damit sie da ist. Einfach damit sie da ist. Ist einfach so. Wir haben für heute eh keine Glaubung mehr, für gar nichts. Ne. Von daher. YOLO. YOLO. Ähm. Was gefällt mir? Hast du schon die neue Parodie von YTT gesehen? Ne. Von Helene Fischer haben sie jetzt parodiert. Ja ich guck. Ja. Das lustige ist. Letztens hab ich noch mit ähm. Clefasi überlebt, ob wir das Dings von Helene Fischer auch parodieren sollten. Und jetzt ist es natürlich von YTT rausgekommen. Toll. Ja. Keine Ahnung. Ich guck weiter die irgendwie auch nicht so wirklich hoch. Ne. Ich auch nicht. Nur wenn halt eben der Parodie rauskommt. Dann fällt es mir offen. Dann guck ich die auch. Aber. Alles andere. Ist nämlich so cool wie früher. Ja. Bestimmt. Dann guck ich lieber Bullshit TV. Ja. Ich guck momentan eigentlich wenig YouTube. Was? Guckst du etwa Fernsehen? Nein. Ich bin die ganze Zeit mit euch am spielen. Was einfach viel witziger ist. Mit wem spielst du denn so? Mit mir auch. B ass ich habe mal mit. Waaas? Was? Was? Es geht da garnicht. Doch. Okay. Man nimmt eine bestimmte Internetseite. Also. bin. Zum Beispiel. Nicht. Also nicht YouTube. Nein. ein ich verstehe wenn er in den nächsten Mal um Schiff und ich sind momentan dabei was tun ist zu machen ihr werdet demnächst dazu ein Video beiden Stellen bekommen um sie heißt glaube ich mal ab und um was es dann genau geht werdet ihr halt sehen wir wollen jetzt auch nicht alles zu viel verraten um es halt so weil es dann um es geht ich weiß ich glaube nicht man sich jedoch schon das schon der erste Fehler mhm sieh ich da sieh ich da jetzt so davon mhm ok mein Penel drauf so das kommt da hin dann halt hier unten einfach mhm mhm das Ding wie mit den Platten also die vollen Bretter die vollen Bretter finde ich sehen die scheiße aus ich fand es mit diesen Platten echt besser seitwärts dann reicht die wieder dran mhm das sind die hier so 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 und so 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 kann man es durchlassen das sieht ganz gut aus dann kommt es dann kommt es dann kommt es hier ist halt jetzt so ein Eingang rein oh ne da gibt es einfach keinen Eingang die zaubern sich da einfach rein das witzige ist hier kann halt auch keiner klauen hinterher weil der einfach da nicht reinkommt na 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 jetzt unterschätzt man nicht unsere Diebe die kann ja einfach einen Block wegbauen naja die nehmen sich auch einfach irgendwas aus irgendwelchen Kissen und stellen ein Schild hin äh was ist denn hier los boah die ganzen Bäume die geben ja übelst auf den Kassenkel du hast einen Pupar gegen den wollte ich nicht kennen ich wollte ganz alter in die Hand die Schnurzel ich wollte nur ein paar bisschen XP fahren weil ich gleich schon wieder Level 30 bin im 7 Level ich bin gleich wieder Level 30 die ein das ist auch schon eine gute Spitzsache also wirklich wer willst du es hast wenn du es mir gesagt hast stimmt scheiße ich hab zu wenig Stördinger ich hab jetzt keine Lust mehr auf Dirt ich hab glaub ich noch was in meinen Küsten aber auf den Weg willst du auch nicht gehen nur kannst du das zu dir zu gehen du hast das abhalt ja kennst du eigentlich noch die Serie Full House Full House Full House boah ich glaube der Name sagt irgendwie irgendwas aber so spontan finden wir jetzt nichts dazu ein jetzt enttäusche mich doch nicht die ist aus den 90ern das ist ähm ja das ist ähm eine Serie mit drei Männern und drei Kinder ne drei Kinder die alle in einem Haus wohnen ja und da macht dann der Onkel Jesse mit alias John Stamos ich bin und er möchte und was ich will über mit macht es ist ich bin ich kenne du weißt dass ich erst 20 bin na und wird es sein ich bin alt nur weil ich 26 bin das 5 5 nicht ich muss sagen dass du die wahrscheinlich erkennt dass ich weiß das war noch so jung die die Schöne das war ein bisschen doof ausgedrückt das 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 die das 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 die die dann Spinnen Mann das 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 die überschätzt keine Lust auch Mann warum kann man die dämlichen micro block mit hinstellen Prozent Lachen ein ich mir gemacht so wie wie ein Zauernweich für diejenigen durch in der Hand in der Wartung so oft musst du erst sowas zu entstellen dann musst du ein Ertrenbappen und dann kannst du ihn wieder bauen ist umständlich aber es geht so wie das da hinten auch gemacht auch auch rieber weg hier alles kaputt er ist zu meinem Haus der Marktplatz er Prozent ich bin die Beutelung das nenne ich Team Play auch jetzt muss ich hier noch in Troftsitzen Hof ist das und wir haben es umständlich es abgült das müssen mit diesen Sons-Kritte gelandet egal ob man das in der nächsten folge die ist jetzt auch schon wieder fast vorbei und wir wollen ja nicht so lange machen ich kenne uns ja wenn wir sagen er wie man das noch das noch das noch das noch wenn wir ziehen über voll lange und das wollen wir nicht deswegen sind die letzten paar Minuten aus müssen und die vom Land ich muss sagen der erste Stand steht und es sieht gleich mal so schlecht aus wie verschönern den natürlich noch ein bisschen um derzeit das Dach wird wahrscheinlich auch noch geändert und sicherlich um egal sein wird dann fürs Zuschauen wenn euch die Folge gefallen hat lasst einen Daumen bei mir sowie beim Schäffel da ein Link ist in der Videobeschreibung vex den